so willkommen zurück zu einem neuen overwatch.com auf dem kanal und wir starten schon direkt mit einem double kill interessant naja wir sind auf mirage in der neunten runde unser suspect spielt abwp ja bis jetzt er ist in den schaden drin lebt noch einen gegner team auf short und er ist jetzt auch dauernd mal schauen ob wir diesmal irgendwas entdecken auf jeden fall ist jetzt hier unser suspect in er ist oben drin dass immer die leitung gekommen den habe ich jetzt persönlich nicht gehört er hat ihn aber trotzdem abgeamt also vielleicht habe ich selbst gehört ich weiß nicht die könne zurück spüren wenn ich das video laut genug macht oder ihr es laut genug habt ob ihr da steps hört aber ich habe keine gehört war schon ein bisschen komisch gerade aber naja vielleicht hat er sehr gehört wer weiß egal so es geht hier nochmal über t-rampe rein geht da vorne der hat sich zu schießen und ein stück von der waffe gesehen oder kam es eine granate oben durchs bild schießt auch jemand das heißt auch sehr oft hat er auch bemerkt so ist in ordnung bereit so jetzt hat er noch einen der smog sitzen und einen schaden der jetzt zum und kollektor gegangen ist so und jetzt haben wir noch konnektoren gut der kann jetzt also er weiß nicht ganz genau wo er ist kann connector könnte es der sein okay war ich wundere mich gerade nur so ein bisschen warum er da nur connector abgeamt hat und nicht auch so stairs abwechseln war reintritt hätte der typ auch in stairs stehen können wenn mich jetzt nicht alles täuscht und hätte dann einfach kurz die stairs hoch und dann hätte er nicht rechtzeitig reagieren können hier diesmal mitte ohne zu gucken raus und bereich ein teammate vorneweg ich weiß nicht ob der vom team mit angesagt wurde okay der short kann er rein zufällig gerade hingeguckt haben aber auch ein bisschen komisch der der tut ein bisschen früh anstellen eben habe ich gefühlt so entscheidend jetzt durch team mit ja guck mal was da jetzt ist der dance da so hin und her da hat man es gesehen doch okay wenn ihr da nochmal zurück spulten kein stückchen da ist er ähm nach rechts hat also hat angetäuscht von uns aus geredet und sagt das gehen nach rechts angetäuscht und ist dann sofort wieder zurück aber man hat ihn auf dem bild eigentlich nicht gesehen aber das hast du ja trotzdem geschossen das heißt ich tippe mal darauf er ist er hat ein ballhack wer die einzige möglichkeit da oben ist ist einer im palace drin der kann er nicht wissen dass sie gesneakt und er eben trotzdem die ganze zeit der wartet praktisch bis der rausnicht so ach jetzt geht er nochmal genau an die kante genau okay spätestens jetzt weiß er ja natürlich dass er da ist er ist jetzt nochmal zurück gesprungen geht aber nochmal hin ja der hat da also das fenster ist ziemlich klein aber schon gute reaktion dass man den da treffen kann aber wenn man praktisch durch ein also meine annahme ist ja dass er ein wallhack hat und wenn er durch ein wallhack vorher bescheid weiß dann ist das eigentlich kein problem mehr aber bis auf das eine wurde da im jungle eben gesteppt raus gesteppt ist und er geschossen hat ohne ihn gesehen zu haben war bis jetzt noch nicht so genau okay da hat er doch tatsächlich den springenden typen genau da haben wir gold wo er oben war jetzt haben wir in kitchen 2 und da rechts steht noch einer also doch ich glaube er spielt mit wallhack da kommt genauer in kitchen ist der letzte mal gucken was er macht ja warum auch immer also er hat er wurde vielleicht durch ein kumpel in kitchen angesagt aber zuerst liegt jetzt da drin mal gucken ob er zum window geht er hat mir doch was gedacht so wenn er sich wieder zurücksnegt ne du dann nicht ja ok da ist er gerade tja dummheit würde ich mal sagen gerade von seiner auf sein mausrad gekommen blöd auch hier ja also ähm ähm er spielt er es glaubt teilweise komisch ab end ab was irgendwie bisschen bisschen zu krass ist meiner meinung nach so ist mein im jungle oben drin der ist runter gehüpft der wurde von niemandem abgesagt äh angesagt geht es aber rennt trotzdem vor so jetzt einer geht jetzt im jungle kommt und okay doch nicht ist da draußen rum gehüpft die stehen davor so eine underground und zwei sind praktisch in kitchen teespawn so okay den von hinten ist in ordnung jetzt ist noch hier links einer auch eine Achtung hinter ihm ist einer hoch gehüpft der hat ihn gemessen um aber sonst war an dem angriff ist alles in ordnung jetzt schauen wir mal irgendwie will ich noch was sehen was was mit wallhack also ich finde schon ein bisschen komisch wer sich verhält gerade eben wo keiner daran stand hat er die kannte nicht abgeämt und jetzt wo einer dran steht geht er ganz nicht vor und so ist auch die trifft auch noch doch also irgendwie habe ich das gefühl dass der junge wallhack an hat ähm oder irgendwas was ihm in gewisser weise sagt wo die gegner sind weil so wie der so random wie der sich verhält einmal scopter einmal nicht und immer rein zufällig da wo ja auch da warum er jetzt da sneaky geguckt hat und vorher jungle den hatte soviel ich weiß nicht gesehen den jungle oder der der jetzt hier davor rum rennt den da oben hätte er auch nicht gesehen da guckt er raus ja doch der schießt schon ziemlich jetzt jungle guckt als erstes jetzt geht einer über city aber für den interessiert es sich da gar nicht mehr jetzt nämlich seitenwechsel aber der spielt ein bisschen zu zu pre feiern würde ich mal fast sagen also er weiß es praktisch so es ist ein bisschen blöd dass die gegner hier so rumlegen mit dem overwatch ist es halt leider immer so so der letzte geht doch nicht zurück ja den hat er jetzt bekommen ok da war jetzt eigentlich nichts groß besonders dran den letzten können sie jetzt noch jagen mir werden sie immer noch die teams werden mir immer noch andersrum angezeigt sehe ich gerade ich glaube das ist ein bug ähm dass praktisch die cities als tees angezeigt werden hier rechts aber naja gut dann dürfte eigentlich das overwatch glaube ich demnächst fast schon vorbei sein ja ist es sogar habe ich mir fast gedacht also vor allem also was mich überzeugt hat ist praktisch die stelle in jungle gewesen oben drin wo er auf der leiter stand und er in dem moment geschossen hat wo er angetäuscht wo der gegner angetäuscht hat rauszugehen deswegen sichthilfe auf jeden fall zählhilfe nein habe ja gerade mit dem pistol gesehen der hat nichts gedroffene junge der hat immer nur vorgehalten anderen hilfen nein und eine spielbehinderung war auch nicht weil ich meine hat er gespielt ähm also nur die sichthilfe hier und ja dann wäre es das eigentlich für den ich hoffe mal da werden die anderen die das overwatch sehen genau die gleiche entscheidung fällen dass der junge dann mal hier ein bann bekommt zumindest einen zeitlichen bann das wäre schön sonst war es das mit dem overwatch gewesen äh ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr ähm was gesehen habt was ich nicht gesehen habt oder andersrum anderer meinung seid schreibt es in die kommentare und dann war es das mit diesem video bis zum nächsten mal ciao